Was kostet so eine Premium-Ausstattung denn dann am Ende? Ja, das ist eben das Besondere. Wir haben serienmäßig verbaut, also es entsteht überhaupt gar kein Mehrpreis für den Kunden. Sagen Sie mal eine Hausnummer bitte für dieses Gerät. Für dieses Gerät? Für Ihr Lieblingsgerät. Eine schwierige Frage, die Sie da stellen. Das kommt natürlich immer auf das Verhandlungsgeschick an. Aber ich würde mal behaupten, wir liegen bei so einem Gerät ungefähr bei 260.000 Euro. Also ein bisschen mehr als der Kleinwagen zu Hause. Ganz sicher, ja. Aber das ist es wert, so wie es aussieht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Wünsche noch viel Erfolg auf der Messe. Sie haben ja viele, viele große, schöne Stücke hier stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.